Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch kurz den Spawnpunkt von Kaspiel, den Boss Nummer 5. Ihr seht, die sind gerade fleissig dran. Ich gehe gerade weg und öffne euch die Karte. Ich will die Videos nicht künstlich in die Länge ziehen oder so. Scheisse, es nervt nur. Also auf dem Kontinent Tortoig im Gebiet Himmelsreich Steppe. Hier seht ihr, es hat so einen Triporter. Dort könnt ihr hingehen und hier in dem Bereich spawnt er immer. Ich öffne euch gerade die Karte. Das ist ja hier auf der Insel, hier oben. Das ist, wenn ich rauszoome, hier dieses Gebiet. Und im Abenteuerbuch, das ist dann eben, wie gesagt, Boss Nummer 5, Kaspiel. Der gibt euch bloß Weisheit 2 dauerhaft, wenn ihr den legt, eine Karte und so weiter. Und es lohnt sich, den mindestens einmal zu machen. Ein zweites Mal lohnt sich nicht. Ja, das war's eigentlich schon. Viel Spass in Lost Ark und vielleicht im anderen Video. Bye, bye.